Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Retro-Fieber-Folge. Wir spielen heute mal was auf dem Master-System von 1986. Alex Kitt spielen wir heute. Ja, es ist nicht ganz einfach das Spiel. Ich finde es zumindest nicht ganz einfach. Daher schauen wir einfach mal rein. Ich glaube, einen Schwierigkeitsgrad können wir hier nicht auswählen. Wenn ich zu schnell Game Over gehen sollte, werden wir noch eine Runde spielen. Ein bisschen wollen wir auch sehen von dem Spiel. Ich weiß, wir können hier die Blöcke zerschlagen. Da ist nicht immer was Gutes drin. Und mit dem Geld können wir dann nachher was kaufen. Ich mache es mal kurz für mich ein bisschen leiser. Es ist nämlich sehr laut. Alles klar. Jetzt ist es ein bisschen besser. Ich glaube, wenn wir schon ein, zweimal von den Gegnern hier gehittet werden, dann sind wir schon kaputt. Warte mal. Spring. Die Tasten sind irgendwie gerade blöd belegt. Boom. Die können wir aber auch kaputt machen. Wir haben so eine schöne Power-Faust. Da traue ich mich gerade nicht. Nein. 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 Ich wollte abhauen. Den kriegen wir scheinbar nicht kaputt. Aber wir fangen nicht von vorne an. Aber an einer unmöglichen Stelle. Ja, ich glaube, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Okay. Okay. Bis zum Game Over ist es gleich schnell. Aber ich habe ja gesagt, wenn es so schnell geht, fange ich nochmal von vorne an. Auf jeden Fall. Ich werde jetzt auch nicht alle Items mitnehmen. Da traue ich mich gerade noch nicht lang, wegen dem Vogel da unten. Oh. Okay. Schnellster Game Over ever. Jetzt mal mit Skill und mit Anstrengung. Ich hoffe, das erste Level schaffe ich mal. Ein bisschen Geld will ich mitnehmen. Weil, falls ich das Level dann nochmal schaffe, kann ich mir nämlich im Shop was Schönes kaufen. Ja. Und den komischen Ring, wofür auch immer der ist. Keine Ahnung. Ich glaube, in den Steinklätzen hier ist nie was drin, ne. Ein Zeitlimit haben wir nicht. Alex Kidd war auch lange Zeit Maskottchen für den Megadolf, oder? Ach, ist ja nicht Megadolf. Für ein Master System. Ich weiß gar nicht, ob das Alex Kidd auch, ähm... Ist das ursprünglich für das Master System rausgekommen? Da habe ich mich jetzt gar nicht genau informiert. Müsste ich nochmal nachholen. Das funktioniert aber auch nicht. Er schlägt einmal drüber und einmal drunter. Da müssen wir doch den blöden Weg hier gehen. Dum-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ah! Da habe ich den Geldsack verpasst. Natürlich fliegt der Vogel es auch so weit. Warten mal kurz, bis er vorbei ist. Okay, wir kommen nicht mehr so hoch. Schade. Man muss hier sehr präzise die Gegner kaputt machen, sonst hat man verloren. Oh, hier bin ich eingesperrt, glaube ich. Nein! Okay. Zweite Part vom Level, aber wir können nicht mehr raus. Nein! Wie viel Geld haben wir denn schon? 400 haben... Ne. Score 400 Punkte. 400. Und 210 haben wir schon. Fischi, 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 Fischi. Die Fischis müssen wir auch irgendwie kaputt kriegen. Obwohl, da gehe ich, glaube ich, gar nicht erst lang. Oh! Ich habe hier einen ganz starken Auftrieb. Ich muss immer runterdrücken, sonst kann ich gar nicht richtig schwimmen mehr. Dü-dü-dü-dü-dü. Ich habe Angst vor den Fischis. Oh, der Auftrieb. Oh, der Auftrieb. Was ist das denn? Hallo, Riesenfrosch? Krieg ich dich kaputt? Ja, ich kriege ihn kaputt. Okay. Vor ihm habe ich auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Okay, geschafft. Da ist der Ausgang. Wisst ihr was? Egal, was hier noch so ist. Wir gehen zum Ausgang. Und mit habe ich nämlich ein Level geschafft. Yay! Und wir können in den Shop. Jetzt werde ich wahrscheinlich nicht genug Geld haben. Wir brauchen 200 für das Motorrad. Und ich würde sagen, das gönnen wir uns mal. Jetzt haben wir nur noch 60. Mehr können wir uns eh nicht leisten. Ich muss mal kurz gucken, wie das geht. Okay, ich kann springen und fahren. Boah! Und ich kann richtig Gas geben. Aber... Boah! Boah! Okay, es ist nicht steuer, aber... Muss ich ohne Motorrad versuchen. Das war mal ein guter Schlag in die Luft und mal eben der Frosch hier weggehauen. Hallo? Aber schön, wenn ich das Level hier jetzt noch schaffen würde. Oh oh. Jetzt habe ich Mist gemacht. Jetzt habe ich echt Mist gemacht. Oh, okay. Ich muss jetzt wieder gut in den Frosch reinspringen. Ja, geschafft. Okay. Das kann nämlich auch anders ausgehen. Ah, es kann nicht sein, was ich hier durchzuboxen. Das nervt ein bisschen. Aber irgendwie kriegt er schon hin. Oh, ich habe gerade keinen Sound gehabt, um einen Gelbbeutel einzusammeln. Skorpione! Ich bin so vorsichtig, ich weiß. Aber wenn ich da wieder reinspringe, haben wir wieder ein Leben verloren. Ah, komm, zweites Level. Du kannst langsam auch enden. Nein! Das war blöd. Das war richtig blöd von mir. Ich habe Angst, dass ich zu weit springen. So wie jetzt. Oder zu nah dran bin. So hast du das wahrscheinlich gar nicht gedacht. Okay. Ach ja. Oh. Ich habe mir gerade die Maus ins Bett gezogen, glaube ich. Ich bin da kurz dran gekommen. Oh, ich habe den Frosch da oben kaputt gekriegt. Okay. Blidum, blidum. Wie viel Versuche? Oh, wir haben nur noch ein Leben. Oh, wie viel habe ich denn schon aufgenommen? Noch nicht viel. Nein! Ich dachte, ich komme ein kleines bisschen weiter. Ich glaube, bis hierhin wäre man eigentlich mit dem Motorrad gekommen, wenn man es gut geschafft hätte. Was? Oh! Wir spielen jetzt, ähm... Wie heißt das? Stein, Schere, Papier? Heißt das so? Ich glaube schon. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie das funktioniert. Wir probieren das einfach mal aus. Was nehmen wir denn? Papier? Oder? Komm, nehmen wir mal Stein. Ja, wir haben nur eine Runde zumindest schon mal gewonnen. So. Was nehmen wir jetzt? Faust? Also Stein. Ja! Ich glaube, man muss immer das nehmen. Der nimmt immer das, was er schlagen würde, was man gerade angezeigt hat. Also ich weiß nicht, ob die Logik so funktioniert. Aber... Es hat geklappt. Okay. Mal gucken, was wir hier haben. Oh! Haben wir ein Leben bekommen? Wir haben ein Leben bekommen. Juhu! Gut, dann geht die Folge vielleicht auch noch ein bisschen länger. Er hofft nicht zu viel. Versuche ich einfach nur schnell durchzukommen. Okay, Terror-Seepferde. Seepferdchen! Ich hau einfach schnell ab. Da muss doch was Tolles drin sein. Ist das so versteckt hier? Okay, nur Geld. Oh, der ist aber knapp hier. Aber wir quetschen uns mal da durch. Mal gucken, was hier oben drin ist. Oh. Okay, das ist schon leider aus dem Bild raus. Schade. Da ist das Ende. Da ist das Ende. Ja! Wir haben noch ein Level geschafft. Juhu! Okay, wir sind im hohen Gras gefangen. Okay, die können wir kaputt machen. Aber ich weiß gar nicht, ob wir die alle kaputt machen wollen. Ich weiß gar nicht, ob wir sonst hier rüberkommen. Wartet mal. Na Mist. Ich habe natürlich genau das Falsche genommen. Ich komme gar nicht mehr hier hoch. Doch jetzt. Wie komme ich denn da rüber? Hier roten kann ich nicht kaputt machen. Okay, hier komme ich jetzt hoch. Aber da komme ich nicht hoch. Was ist denn da aus? Oh. Ich bin durchgekommen. Okay, okay, okay. Komme ich da hin? Jetzt komme ich ja hier nicht mehr hoch. Oh, das Level ist sehr verwirrend für mich. Das ist wirklich sehr verwirrend. Ich glaube, hier kann man gut gefangen sein nachher. Vor allem ist das verdammt schwer zu steuern. Ich springe einfach mal mit Vollparache rüber. Oh je, wie mache ich das denn? Okay, ich versuche mal die beiden Plätze da oben kaputt zu kriegen, was nicht funktioniert. Das Spiel will natürlich, dass wir Richtung Totenkopf laufen. Angst, wenn ich hier zu weit springe, lande ich in der Lava. Das ist aber auch die Sprungmechanik, ist nicht so schön. Genau das habe ich befürchtet. Sorry, Leute. Oh, das ist nicht so einfach. Aber jetzt starten wir hier oben. Aber guckt mal, wir kommen hier nicht hoch. Das ist zu hoch. Ich muss es machen. Oh, den komm ich hier nie und immer rüber. Also hier werde ich nicht rüberkommen, weil guckt mal. Das passt nicht. Ich muss da oben lang. Aber da habe ich auch keine Chance, langzukommen. Kann ich hier unten lang? Naja, das bringt mir auch gar nichts nach oben schlagen, kann ich ja auch nicht. Boah, Leute. Wie funktioniert das hier? Den Stern da oben kriege ich ja auch nicht kaputt, ne? So hoch springt er nicht. Ich probiere es noch ein bisschen aus. Doch. Den kriege ich kaputt. Okay. Aber jetzt geht es wieder nicht weiter. Nein. Ach, das ist mir zu sehr eine Fummelarbeit hier. Das ist einfach ärgerlich, dass er nicht nach oben schlägt. Und dass die Sprungmechanik hier so ungenau ist. Okay, hier komme ich vielleicht durch. Wartet. Ich probiere es noch ein bisschen. Aber es soll nicht so sein, Leute. Ich glaube, hier wird mein Ende sein. Ja, hier wird mein Ende sein. Mist. Ja, leider Game Over. Das ist nicht so ganz mein Spiel gewesen, aber ich finde es schön. Also, Alex Kitt, die Figur mag ich. Ich mag die Musik. Ich schaue es mir auch immer gerne an, wenn es jemand spielt. Aber es ist doch ein Ticken zu schwer für mich. War trotzdem schön, das mal angezockt zu haben. Und ja, auch wenn ihr nur zwei Level, einen Boss und dann auch ein Stück von dem Level gesehen habt. Hoffe ich, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann einfach zur nächsten Retro-Fieber-Folge wieder. Master System Spiel musste jetzt auch mal sein. Habe ich ja noch nie gespielt. Gut. Dann verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.